Und damit Hallöchen und herzlich Willkommen zurück zu einem weiteren lustigen Spiel. Wir spielen heute Bugshot Roulette. Ich bin aber nicht alleine, sondern der Nick ist auch da. Ach, ich kann gar nicht hier laufen, das ist Klick. Ist das ein Knast oder was? Das ist ein Club, Alter. Das ist ein komischer Club. Dieses Spiel soll relativ gruselig sein. Bitte nur schreibe die Verzichtserklärung. Äh, ja. Enter name. Enter. Eine scharfe Munition, zwei Platzpatronen. Okay. Aha. Sind alle drei drin jetzt. Okay. Aber springt den Zug des Gehvers. Also mehr Wahl habe ich jetzt nicht. Nee. Benji ist da. Ach, ich darf jetzt mich oder ihn? Oha. Oha. Okay. Ach, bist immer du dran? Also jetzt ist 50-50, Mann. Shit, Digga. Oh, shit. Good night. Yes. Ohohohohoho. Oh, Normseller. Alter, sehr gut. Oh, mein Gott. Drei Schafe, zwei Platz. Oh Gott. Verborgen rein, fangen wir in die Kammer. Ach, das geht so lange, bis einer mit einer Patrone auch getroffen ist, weil dann ist der andere dran. Na, er wurde ja mit einer Patrone getroffen. Ja. Und er hat ein Leben verloren. Mhm. Also drei gegen zwei. Eigentlich. Also man muss halt schon echt ein bisschen lucky sein, damit da eine Platzpatrone kommt. Shit. Oh, was? Alter. Ja, auf Wiedersehen. Ja. Gute Nacht. Oh mein Gott. Geil. Sehr geil. Rappi gewinnt. Nice. Runde zwei. 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 Was, was? Zwei Gegenstände jeweils. Mehr Gegenstände vor jeder Ladung. Was für Gegenstände? Handschellen. Und nochmal Handschellen. Vier leben. Eine Schafe, einen Platz. Oh Gott. Fifty-fifty. Geber überspringt den nächsten Zug. Was machen wir? Fifty-fifty. Oh oh. Oh mein Gott. Er kann nicht. Aber gut. Ja. Genau. Nee, du Depp. Alter, doch Handschellen an. Dann hätte er nicht auf mich schießen können. Dann hätte ich auf ihn probiert und danach wieder auf ihn geschossen. Ach ja, klar. Natürlich. Ich bin so Trottel, Alter. Ach so, den nächsten Zug. Jetzt habe ich es verstanden. Ich verstehe. Intername. God. What the fuck? Was? Das ist gerade verstanden. Gott hat hier auch schon gespielt. Ja. Und da war Blut auf dem Vertrag. Ja. Oh Gott. Wieder Fifty-fifty. Zwei Schafe, zwei Platz. Was machen mit der Lupe? Runde in der Kammer. Platz. Da brauchen wir ja die Lupe gar nicht dafür. Ja. Platz, Patrona. Also. Ja. Acht. Das ist ja heftig, dieses Spiel. Geil, ja. Also, wie viel waren da jetzt drin? Zwei Platz und zwei Schafe. Ja, gib ihm Handschellen, Alter. Jetzt schießt du auf ihn und schießt nochmal auf ihn. Okay, das waren die zwei Platzverrunden. Also, jetzt hast du einen Freifahrtschein. Wiedersehen. Problem ist, da ist jetzt noch eine drin. Das ist richtig. Er raucht. Alter, das Spiel ist so heftig. Er hat mir zwei abgezogen. Weil die abgesägt ist. Oha, Alter. Shit, ey. Er hält es ja gar nicht. Bleibt jetzt aber. Ah, okay. Macht doppelten Schaden für den nächsten Schuss. Verstehe. Die abgesägte. Ja. Anstellen. Oh, Zigaretten. Sehr gut. Ja, das ist in Ordnung. Oha, drei Schafe, zwei Platz. Die Runde verliere ich. Ne, ich rauche die Zigaretten. Eine Ladung zurück. Okay, soll ich eben einer? Die sind drin, drei Platz, zwei Schafe. Ja. Ja, mach mal. Das ist ultra scary, das Spiel, Alter. Ja, ich bin schon scary. Gib ihm. Nice. Shit, Alter. Er hat aber immer noch Zigaretten da. Zigaretten. Scheiße. Oh, nein. Da war es noch eine. Oh, shit. Oh, fuck. Das war es mit uns. Sehr interessant. Okay, er überspringt. Er raucht. Ich meine, ja. Oh, fuck. Ja, gute Nacht, Alter. Gute Nacht. Ist das brutal, dieses Spiel, Alter. Du hast Glück, dass du noch eine Ladung hast. Was? Steh auf. Die Nacht ist noch jung. Ja, das Spiel ist ja ultra sick. Das ist halt so eine Horrorart, die ist ja ultra gruselig. Also man muss den halt wahrscheinlich besiegen, um da runter zu kommen, oder nicht? Na ja, aber ich denke mal, das ist das Spiel hier. Meinst du? Ja, natürlich. Das Spiel heißt ja, wie? Buckshot Roulette. Buckshot Roulette, ja. Also das ist das Spiel. Okay, immer noch Runde 2. Oh, eine Lupe, sehr gut. Oh, 2 Lupen. Ah, okay. Ja, da wird Zigaretten und auch eine Lupe. Schnauhr gucken? Oder soll ich 50-50 gehen? Ich weiß es nicht mehr. 50-50 sollte man eigentlich schon nachgucken. Alter. Hochgepokert. Hochgepokert. Wieder aufgefüllt. So, jetzt ist die Knarre ja leer Ja Oh, noch eine Lupe, sehr gut Und Handschellen Okay Das Spiel hat so einen Vibe von Night of the Consumers Vom Grusel-Faktor her Ja So Schwierig, ja, guck mal rein Wir haben drei Lupen, da können wir mal gut gucken Also So, jetzt fesseln Genau, und abknallen Und dann nochmal gucken Ja Oder? Ja, oder? Paddy Bist du anscheinend hier der Profi? Selbst er muss überlegen Boah Nee Die Mucke macht's nicht besser Schieß ihn ab Das ist richtig, ja Er knallen ab Ist das brutal, Alter Die ganze Zeit da in die Fresse schießen Dass er halt so scary aussieht, macht's nicht besser Ja, ja Jetzt haben wir die Arschkarte, Paddy Sehr interessant Scheint, als wäre da eine Knarre drin Was ist das? Energy Drink? Überspringt die nächste Kugel Oha, krass Das waren wir an den Eiern Ähm Hahahaha Geil Nice Shit Die sind ja aber abgeknallt Okay, überspringen die nächste Kugel ist aber nützlich Ja, aber da sind jetzt nur noch zwei Platzpatronen drin Ja, genau Ja, genau Ganz schön Oh, und abgesägt Das wäre gut Ist das scary, das Spiel, Alter Okay, was machen wir jetzt? Drei Schafe, zwei Platzpatronen Ich würde sagen Wir gucken nach Und fesseln ihn Und wenn eine Schafe drin ist, schneidest du ab und bumm Absägen und schießen, aber du bist dir doch gar nicht sicher Ja, jetzt guck mal nach, was drin ist Gib ihm, absägen und schießen Auf Wiedersehen, Kollege Tschüss Boah, sorry, Alter, das Spiel ist ull, geil Ja, nicht schlecht So, jetzt kommt die Monsterrunde Die Totenkopfrunde Das ist gruselig, das Spiel, Alter Ziemlich gespannt, was kommt noch Im finalen Showdown Keine Bluttransfusion Sind du, wir tanzen jetzt am Rande von Leben und Tod Was ist das jetzt? Das war's Das war's Vier Gegenstände, oha Okay Okay Gute Gegenstände Was machen wir jetzt? Paddy Ja, eigentlich haben wir ja gute Chancen Steht 2 zu 1 Für die Platzenden Wir machen, was er sagt Wir machen, was Chad sagt Ja Das machen wir, komm, hau raus Zwei Platzpatronen und eine Schafe Zwei Platz, eine Schafe Dann schießt auf dich Glück gehabt Oh, Decker So, jetzt vielleicht mal nachgucken Oder? Easy Ja, sag an Vielleicht mal nachgucken und dann Nachgucken, fesseln Je nachdem, nachgucken, fesseln, absägen Gib ihm Würde ich sagen Boah, Decker Ist das schon Tricky Nachgucken Ja, ja, nachgucken Okay Absägen und bumm Oder? Oder noch fesseln vorher Ohne fesseln Ja, dann absägen und bumm Also, aber absägen oder nicht? Ja, mach absägen Zwei wenige ist besser als ein Sägen ab Wart, was er sagt Wir haben gesagt, wir machen was Paddy Ja, mach Also, absägen und bumm Gib ihm Rein in die Olga Tschüss Das hast du gut gemacht, das Spiel Neue Runde Neues Glück Okay, sehr gut Ja Oh Er hat auch Items, vergiss das nicht Ja Ach du Scheiße Vier, vier Okay Bei Metz hat er auch richtig gute Items Mhm Okay Gucken jetzt mal nach Ja Knall ihn ab Ich geh mit der Säge rein Ja, ja, mach Er hat keine Kippen Weil die Frage ist, was das mit diesen zwei Durchgestrichenen Blitzen auf sich hat Dann kommt das hier Dann kommt dieses Gerät, was da drüber gefahren ist Aber ich weiß nicht, was das macht Ja eben Das hier Das schneidet den Kabel durch Was halt so ist dann irgendwie Bereit Ja Allzeit bereit Was heißt das jetzt Wir wissen nicht, wie viel Leben er hat Naja, in dem Fall Der nächste Hit, den ihn trifft, ist weg Wahrscheinlich Oh shit Sehr interessant Der haut uns jetzt voll in die Fresse mit dem Ding Okay Oha Schon wieder eine raus Oh, was macht der denn Uns jetzt in die Fresse schießen Äh Oh Was Shit, dann sind da jetzt noch nur Platzpatronen Äh, richtige drin Da sind jetzt nur noch richtige drin What Hä Warum knallt der sich ab Jetzt sind noch drei richtige drin Was ist das denn jetzt Das Geld würde ich jetzt auch gerne nehmen Wenn es da so eine Bombe drunter Die gleich hoch geht Oha Und wir haben die Waffe mitgenommen Beat the game 70.000 Geil Glückwunsch, Weppy Vier Türen eingetreten Eine Zigarette getraucht Null Bier getrunken Jetzt haben wir gelb 65.000 Nice Geil Wir sind gut durchgekommen Ja Das hat Spaß gemacht Das war unsere erste Runde Buckshot Roulette Wenn es euch gefallen hat Doppelt oder nichts Freigeschaltet Okay Double or nothing Wenn es euch gefallen hat Lasst ein Like da Lasst ein Abo da Und schreibt mir in den Kommentar Ob wir noch eine Folge machen sollen Genau Weil ich würde weiterspielen Ja Schon nice Wenn da noch mehr Modi hinterher kommen Mhm Na Vielen Dank fürs Zuschauen Bis dann Genau Tschüss Tschüss Tschüss